Zeit für mich, Meditationen, unterwegs in der Natur, frische Luft atmen und ein harmonisches Umfeld. Dieser Idealzustand stärkt den Körper, unsere Chakren und energetischen Energiefelder sind leuchtend und schön. Die Voraussetzung für ein gesundes Leben in Balance. Doch der Alltag sieht oft anders aus. Arbeit in geschlossenen Räumen, Fast Food, mangelnde Bewegung, Elektrosmog, Stress und Ärger bringen unser Energiesystem durcheinander. Wir fühlen uns erschöpft, nervös und spüren fremde Energien in unserem System, die uns belassen. Doch es gibt eine Lösung, die Amira Solis Energiescheibe. Einfach draufsetzen und bereits nach wenigen Minuten sind alle Chakren und energetischen Körper gereinigt und im Balance. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt und die Lebensenergie kehrt zurück. Zu Einsatzmöglichkeiten und Heilwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Lydia Gruber. Sei glücklich! Tschüss!